Als Prinzessin musst du eine Menge magischer Regeln beachten. Zuallererst lass deine Fantasie reinlaufen. Genieße jeden Moment mit deiner Familie und kümmere dich um deine Freunde. Sei mutig, wann immer dir Probleme begegnen. Erlebe viele Abenteuer und lerne daraus, damit du jeden Tag ein bisschen besser wirst. Im Mai kannst du dich auf magische Geschichten freuen. Mit Sophia die Erste, Elena von Avalor und all ihren Freunden. Wer auch immer du bist und woher du auch kommst, du wirst dich wie eine Prinzessin fühlen. Sonntag ab 11 Uhr auf Disney Junior.